hallo hier ist martin von money monkeys dass die dax analyse für nun donnerstag den dritten zweiten 2022 und hier gab es heute tränen nicht nicht bei mir zu hause hier gab es tränen im dax im nasdaq und in anderen indizes auch denn das meta lose das metaverse von von facebook die haben sich unbenannt in meter ist jetzt nicht so ganz so gut am markt angekommen und was denke ich hier auch marktteilnehmer jetzt ein bisschen verunsichert ist natürlich jetzt dass jetzt facebook hier fast 20 25 prozent noch ungestoßen oder paypal auch 25 prozent heute im minus hatte und das einfach auch mal fette big player sind in den usa also das sind jetzt keine keine wurst buden und dies da jetzt einfach mal im market cap um 25 prozent das muss man sich mal auf der zunge zu gehen lassen also früher habe ich mal ausgelacht weil ich so gerne mit kryptos handeln wie wahnsinnig man denn sein muss und mit kryptos zu handeln wenn die da minus 15 prozent oder sowas mal am tag machen aber das sind aktien auch mal minus 25 prozent am tag schaffen das vergessen manche auch mal ganz gerne auch im risiko und gerade facebook ich glaube da machen viele jetzt hier das gesicht dann haben wir nämlich auch bei uns im unter unseren jungs und mädels einige die wirklich angetan und die auch sehr begeistert waren von zuckerbergs metaverse idee ich habe mich da ja im webinar schon ein bisschen kritisch geäußert wir hatten auch jetzt kurz vorher noch 21 40 glaube ich ein update rumgeschickt in der marsch und habe ja auch schon geschrieben dass der nasstag sehr korrektiv steigt und dass das eigentlich immer ein indikator dafür ist dass man richtig dynamik nach unten kommt und die paypal zahlen bringt jetzt was durcheinander mit die facebook zahlen dementsprechend gegeben falls da vielleicht auch ein bisschen einen kleinen kurken öffner machen könnten auch auch drin stand das kann ich euch jetzt hier auch schon so mitgeben weil es wird jetzt gegenstand von der analyse ist jetzt hier dass die 15600 sehr wichtig ist weil wir haben auf target start ebene vom kom ist alles richtig langsam hier wartet mal so langsam ist egal wir sehen das auch haben vom mittleren berlin abhanden rote tagskatze weggekommen und im update hatte ich dann gerade eben also vor ein paar minuten geschrieben dass das durchaus dann ein kleines umkehrsignal ist wir sind auch mit dem tagesschuss nicht ganz unter die 200 tag linie wieder drunter aber so fast haben auf jeden fall nicht losgelassen und da wird jetzt eigentlich alles was unter den tag geht alles ohne was unter dem mittwoch geht nach unten erstmal ein bisschen risiko haben risiko rein in die 550 risiko rein in die 460 risiko rein in die 410 theoretisch auch in die 350 ich glaube aber dass die 410 erstmal deckeln würde 420 bis 400 um es ein bisschen breiter vielleicht zu fassen dass die also ich würde sie einfach mal zu machen jetzt noch mal auf die zwei stunden reingehen könnte mir vorstellen dass wir im bereich um 14 220 nicht 220 was erzähle ich denn wenn ich warte mal kurz sammeln so haben wir es hier wieder vor uns also ich würde davon ausgehen dass wir unterhalb von 15.600 ja hier quasi dieses mittlere band zu schneiden und dann hier im bereich aufs untere band zurückschlagen und das liegt so im bereich um 420 und das könnte ich mir ganz gut vorstellen dass er dann wirklich durch rotz wenn er schwach reinkommt und dann muss man aber aufpassen wir kriegen dann hier wahrscheinlich nächsten trend anlauf das wird eine stelle da werden die bullen noch mal zugreifen die wir haben schon zum nachmittag zugreifen wenn er am vormittag schwach sein sollte und tatsächlich auch so tief runter getragen wird auf jeden fall dann aufpassen wenn dann da grüne stundenkerzen reinkommen ich habe immer wieder diskussionen mit leuten die das so ein bisschen abtun halt aber das ist so hilfreich mit den roten stundenkerzen und grünen stundenkerzen einfach mal gucken dass man versucht ein bisschen mit der bewegung zu handeln ich sehe immer wieder sitzen leute seit tagen schon short jetzt drin die freuen sich natürlich wenn es jetzt mal ein paar punkte runter geht aber dass man das auch hätte viel effizienter traden können oder oder ein bisschen besser einleiten hätte können dass das sehen die wollen die immer nicht sehen halt die stellen sich lieber wenn eine schnelle grüne kerze kommt erst mal short rein und dann warten sie und warten bis irgendwann mal der markt wieder runter kommt das sind immer so vertane punkte das ist das ist ich finde es einfach unnötig das ist schade das ist so klassisches anfänger verhalten was man irgendwann einfach mal von sich lösen muss um sich weiterzuentwickeln und deswegen hier eben der hinweis solange der hier rot nach unten spuckt das ist am donnerstag wichtiger wie an anderen tagen so lange der auf roten stundenkerzen runde spuckt kann der laufen halt ne und das ist nicht für abwegig sind 4 10 55 4 60 4 10 das wären so die drei oder sagen 4 20 bis 400 das wären so die drei stationen die ich unten sehen würde kommen dann grüne stundenkerzen beispielsweise auch von der 4 60 eine harte stundenkerze nach oben eine grüne stundenkerze dann kann der von dort bis hier hoch wieder auf die 750 weil wenn ihr euch das bewegungsverhalten anguckt mark krieg und notenbank und anlässe außen vor rein charrtechnik werden wir bei einem neuen höheren tief in der bewegungsfolge auch ein höheres hoch zu erwarten ja und deswegen werden käufer in dem moment wo ein höheres tief anfängt nach oben zu drehen werden käufer position aufbauen und das schiebt den markt dann noch weiter deswegen muss man da ein bisschen aufpassen ein bisschen feinfühliger agieren und auch ein bisschen näher dranbleiben das heißt jetzt natürlich nicht dass man jetzt hier einen long rein muss den man dann bis sie unten noch hält nein das kann man sich ja nach fetten grünen stundenkerzen oder so das hat man ja wirklich schön klaren punkt wo man das auch absichern kann und das sollte man dann auch konnte der markt nämlich dann so ein signal aus ist es auch dominante schwächer die dann weiter verfolgt werden kann aber so wir hatten jetzt glaube ich jetzt also heute je nachdem man das video jetzt zeigt dass zum mittwoch hat man jetzt auch und sie wissen auf die vier sieht man ist ja leider gar nicht nur die 650 war ja ein schönes intradie doppelboden da hat man schon gesagt also wenn der dann bricht wer derzeit ein signal runter an die 600 das hat er erst mal getan hat sich jetzt rückwärts an die 650 wieder dran geschmiegt wenn er jetzt die 600 eben noch nach oben klappt das ist jetzt das nächste signal auf der unterseite richtung eben 55 460 und 14 bzw auf 420 bis 400 das wären so die zonen und natürlich er kann auch weiter gehen da gibt es ja keine grenze aber ich würde in dem bereich könnte ich mir sehr gut vorstellen dass ein konter probiert und er kann locker bis 550 600 wieder hochkommen jo ok dann hätten wir das sollte er unerwarteterweise um 650 eröffnen ich meine die zahlen von facebook waren richtig kacke das hat auch außerbörselig schon die ein oder andere den ein oder anderen ausschlag nach unten gegeben auf den futures im us-bereich deswegen könnte ich mir ganz gut vorstellen dass er das als eigentlich sollte er tiefer reinkommen vielleicht sogar unter der 600 reinkommen das wird sehr spannend sollte der aber um 640 oder 650 reinkommen dann kann man eigentlich direkt früh gleich long rein knallen weil wenn der nach so einem nachbörseligen stress wie wir ihn heute haben zum mittwoch sollte der da ganz cool oder sogar stärker reinkommen in den handel dann nutzt er sein überraschungsmomentum was er dann auf der oberseite sieht und dann rennt er jetzt dann endlich in die 57 87 bis vielleicht sogar 900 rein naja da sollte man sehr aufpassen also ich würde also ja muss man nicht so nicht machen aber es wäre durchaus eine idee zu sagen okay das ist jetzt nach bloßig alles so nach unten geknallt wenn der jetzt hier 640 oder höher rein startet in den donnerstag dann long rein stop loss unter die 600 knapp drunter ne sowas kann man probieren rein und die 750 rein zu traden das wäre durchaus legitim weil ich sag mal das überraschungsmomentum liegt natürlich jetzt auf der oberseite jetzt wo jeder damit rechnet das ist unten richtig rabbelt ja deswegen soll man jetzt nicht keinen short suchen das ist das das nicht falsch verstehen ja aber der kann sich dann oben halt auch ordentlich durchspeisen wenn alle sich dagegen stellen und auch und mit ukraine und so man sieht dass die ganzen letzten tage ne hier haben noch gar nicht so viele sich auf russland eingelassen das kam erst jetzt hier die letzten tage ne hier unten da haben wir so bei uns im dienst auch die ersten anfragen gekriegt naja mit russland und ukraine und so weiter na und jetzt sehe ich seitdem steigt der markt schon wieder halt ne leute erzählen mir irgendwas von der notenbank mich hat sogar heute jemand auf facebook blockiert weil 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 ich nicht seine meinung geteilt habe dass die börse jetzt direkt zerbrechen muss und dass er dass er mit seinen shorts die er vor ein paar tagen aufgebaut hat dass das vielleicht zu früh war dass ich diese meinung oder das war meine meinung dass es zu früh und wurde tatsächlich blockiert obwohl ich hier angeschrieben hatte und nur gesagt habe naja guck doch mal nicht auf die nachrichten guck auf den markt zeigt ihr schon wenn er eintritt heute hat er zum beispiel die 650 dann unterboten das war ein erstes signal wenn er jetzt die 600 noch unterbietet ist das ein zweites signal und für mich ist das immer so ein punkt dass die leute halt sehr aggressiv im markt sind und dann natürlich auch sehr risikoavers und sehr viel einsatz geben und das holt sich der markt ganz gerne manchmal einfach ganz egal wie die nachrichten sind der markt läuft dahin wo er geld verdienen kann und das wird er dann halt tun und deswegen fände ich auf der oberseite das überraschungsmomentum einfach größer weil ich glaube er kann dort mehr leuten schmerz zufügen weil ich viele schon auch ganz schön schmerzhafte shorts aussitzen seinen paar tagen und die nerven dort einfach bis zum plankt das einfach bloß dazu gesagt das heißt jetzt nicht dass der markt nicht fallen kann und ich persönlich bin so und so ihr kennt mich ich mag es wenn er fällt ich mag es wenn er unten rausarbeitet es macht mir viel mehr spaß zu analysieren es macht mir viel mehr spaß zu traden aber ich will halt auch die 600 daneben nach unten fallen sie machte das nicht dann bin ich schon mal ein bisschen vorsichtig und sie eher das momentum auf der oberseite aber wenn du unter 600 alles gut kann er rund seine 550 460 410 und später auch mehr da sind wir die letzten auch im tag ist schaut schöne rote tageskatz jetzt vom mittleren wand das ist schon das ist schon das ist schon ein bisschen lecker da kann er schon was draus machen muss bloß anfangen halt muss das signal dann auch geben und jetzt hier unter der 600 eben noch ausarbeiten gut dann würde ich jetzt hier einfach mal ausmachen ja würde das video jetzt hier ausmachen wir haben eigentlich über alles gesprochen wie gesagt brüchtet sich bitte wir machen eine charttechnische analyse wenn euch fundamental dateneinschätzungen wichtig sind guckt euch bitte auf einem anderen kanal an wir machen wirklich reine chartanalyse das könnt ihr gerne kombinieren mit etwas anderem erwartet aber nicht von einem chartanalysten wie mir dass ich das für euch alles mit einbeziehe das wäre nämlich falsch weil ich dadurch meine analyse verfälschen würde indem ich dann eine erwartungshaltung oder auch eigentlich das primäre fakte welchen eine erwartungshaltung aufgrund der nachrichten mit in die technische analyse mit einbeziehen würde und das macht man nicht es gibt eine klare technische analyse es gibt klare regeln es gibt klare vorgaben wie habe ich was zu analysieren dass ich die punkte kriege und die wendepunkte bestimmen kann und signale bestimmen kann und das würde sich einfach korrelieren wenn ich sagen würde russland pass auf ihr müsst jetzt unbedingt short machen und wir sehen nur grüne tageskerzen dann das das beißt sich und das ist erwartet das nicht von mir das wäre falsch wenn ihr sowas braucht gibt entsprechend andere kanäle wo man sich dazu noch ein bisschen eine meinung holen kann oder abgleichen oder ergänzen kann oder wie auch immer es wirklich reine chartanalyse rein vom mustern vom pattern das könnt ihr dann mit einem übereinander legen was ihr aus der umgebung eben mit rein heute so ich mache hier aus wünsche ich viel erfolg zum donnerstag und dann haben wir uns morgen wieder bis dahin tschüss